Hey Leute! Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mal drei Arten von Videospielern. Ich würde sagen, let's go! Nummer 1. Der Suchti. So, jetzt werde ich... Ach ja, hier ist ja mein Laptop. Ein bisschen zocken, aber wirklich nur eine halbe Stunde höchstens. Dann morgen. What the fuck? Es ist schon morgen. Ich habe Schule. Nummer 2. Das Baby. Ich will aber ans iPad. Nein, ich will. Ich nehme es jetzt einfach. Nummer 3. Der komplette Sposti. Was ist das? Hm. Computer? Der Computer schmeckt nicht. Du bist menschlich gesehen ziemlich abstoßend. So Leute, das war's jetzt. WTF? Ich bin gerade einfach umgekippt. Es ist Obst im Haus. Mit diesem Stuhl. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Kostenlos. Ist natürlich kostenlos. Wenn ihr mehr Verwartenvideos wollt, schreibt es in die Kommentare. Bis dann. Tschüss Leute! Bis dann. Tschüss Leute!